If you wanna run without commentary, click here on our first link in the description Und damit herzlich willkommen zurück zu... Baseball Lucky, Alter, diese Spinne, ne? Da spielst du, da spielst du gerade mal 10 Sekunden Und dann fickt dich erstmal ne Spinne Und normalerweise, ich muss sagen, es ist eigentlich... Vor allem jetzt, es war eigentlich wirklich ungewöhnlich, dass ich jetzt noch sag Komm, jetzt lass, lass einfach machen, ist doch egal, wir probieren's jetzt einfach Normalerweise, wenn ich zwei Herzen so kurzer Zeit verliere am Anfang, sage ich, okay, scheiß drauf, restart Ja, und aus diesem Run ist... Man kann's, glaube ich, am Titel sehen Und jeder, der Folge 5 gesehen hat, weiß, wie das hier ausgehen wird Muss ich gar nix mehr zu sagen Und dann kann eben auch noch so'n Run was werden Hab ich gehört Also... Ich bin da selber immer wirklich ein bisschen skeptisch, weil... Es ist gar nicht so ne Herzenssache, sondern es ist eher ne... Also nicht ne Lebenspunkte, sondern eher ne Kopfsache, dass es da nicht funktioniert Weil dann verlierst du zum Beispiel ein Level 1, 2 Lebenspunkte, denkst du so... Ja, das war jetzt nix So'n bisschen Aggression kommt vielleicht rein, du denkst nicht mehr rational Triffst blöde Entscheidungen Verlierst mehr Herzen als normal Oder schneller oder je nachdem Und dann bist du halt relativ schnell tot Also wenn sich im Kopf nicht irgendein Schalter umlegt Wie auch immer das dann aussehen soll Dann... Ist es meistens wirklich sinnvoller, so'n Run einfach neu zu starten Hier hab ich's jetzt einfach mal probiert und wirklich zufällig Also das ist nicht der Regelfall Hätte ich eigentlich was durch Fallschaden kriegen müssen, aber gut Also war eigentlich wirklich zufällig Dass hier noch was draus geworden ist Okay So Ich muss auch sagen, das hat sich... Diese... Begebenheit, was ich letztes Mal erzählt hab, dass ich... Ähm... Dass ich... Viel mehr aufs Geld gehe Das hat man jetzt gesehen Ich hab da oben zweieinhalbtausend liegen lassen Also da, weiter oben Ähm... Das hab ich erst nach dieser Folge tatsächlich gemacht Und bisher... Es hatte mittelmäßigen Erfolg Das lag aber nicht daran, sondern einfach... An anderen Faktoren Zum Beispiel, dass ich schlecht war Teilweise... Muss... Muss man ja... Muss man ehrlich sein Die Frau ist scheinbar nicht da an dieser Ebene Ich kann auch ohne sie leben Ich kann auch ganz gut alleine, klar Ja Muss man auch glaube ich einfach mal diskutieren Und was ich mich auch frage Wie könnten diese zwei fallen, ja? Okay, das zählt nicht Aber ich hatte schon andere Gameplays danach Wo auch so zwei Fallen nebeneinander gestanden waren Aber... Die haben sich nicht gegenseitig ausgelöst Also... Muss ich auch nicht verstehen Also ich bin nicht direkt durchgefallen Ansonsten wäre ich tot gewesen Weil mich treffen zwei Pfeile Das sind vier Herzen Und das ist Ente Und ähm... Ja, so wie ich das sehe hier gerade Mal aufs Spiel zurückzukommen Wir haben den Kleber Heißt, ich muss mich mit diesen Spinnen nicht anlegen Und die stehen auch wirklich, wirklich sehr ungünstig Das heißt, es macht doch gar keinen Spaß sich mit denen anzulegen Deswegen mach ich doch einfach nicht Ich sag, okay Leute War nett Aber das muss jetzt einfach reichen Hier nochmal drei Bomben Also bombenmäßig sieht's Gar nicht so schlecht aus momentan Bin ich doch auf Geld? Ne, ich glaub hier Ich glaub ich hab gedacht Da ist der Ausgang links Und dann sah es eben so aus Als hätte ich Geld mitgenommen Hier war nochmal richtig Ausrasten angesagt Wegen vier Spinnen Und das Spiel hieß Rate, wo die Spinnen hinspringen werden Und weiche aus, also... Dass ich da rausgekommen bin War auch Glück Es war... War echt dämlich, dass ich mich überhaupt hab treffen lassen Das kann man mit ein bisschen Konzentration Auch viel besser machen Und hier passiert jetzt auch noch was ganz witziges Soweit ich weiß Diese Pfeilfalle, die ich da gerade übersprungen hab Und das sehen wir jetzt Hahaha am Arsch Das war jetzt übrigens geplant Also sieh da Wenn ich... Wenn ich sehe Ich kann so springen Dass ich relativ weit Von der Sprungfalle weg Durchfalle Dann verfehlt Verfehlt der Pfeil ein Und klar, es war jetzt ein bisschen riskanter Aber es sieht einfach nur cool aus Und das ist natürlich ein Argument Um dämliche Aktionen zu Zurechtfällen Kennen wir ja alle Und ich muss auch sagen Die Spitzhacke Aus den Schlangengruben Die ist nützlicher als man Als zumindest ich Jetzt erstmal gedacht habe Weil ich dachte erstmal so Ja, naja gut Ich meine, okay Ist halt eine Spitzhacke Ja Aber mit der kann man Vor allem wenn man Wenn man wenig Bomben hat Kann man mit der richtig gut was anfangen Also im Dschungelteil Weil du hast keine Bomben Weißt aber der Schwarzmarkt ist vor dir Zack Du hast eine Spitzhacke Optimal So und warum ich hier noch nicht rausgehe Ist ganz einfach Der Kusssalon ist oben Und ich Also mit einem Herz da realistisch durchgehen Das kannst du vergessen Deswegen mache ich es auch nicht Sondern Stimmt Hier habe ich jetzt gesagt Scheiß drauf Und fick diesen Pisser Ja Ähm Was wollte ich jetzt Was wollte ich Genau Mit einem Herz da durch Das macht keinen Sinn Ich habe so viel Geld Ich kann es mir leisten Und fülle wieder auf 4 auf Manche könnten jetzt zu Recht sagen Das ist ein bisschen verschwendetes Geld Aber ich hätte einfach nicht mehr Wirklich sicher spielen können Wenn ich mit einem Herz in den Dschungel gehe Und weiß bei einem Hit ist es vorbei Und dann durch den Amok Schwarzmarkt Also ne danke Was auch klar ist Wenn mich jetzt eine Tiki Falle treffen würde Wäre ich tot Weil ich habe nur 4 Herzen Und eine Tiki Falle zieht ja 4 Herzen ab Diese scheiß Expertenagentur Da Da war es riesig Dass ich den Fall schon hatte Da war er mal Wirklich ausnahmsweise Krass nützlich So also diese Expertenagentur Wieder unglaublich am nerven Musste auch einfach nicht sein Freunde Den Schatz hätte ich sogar mitnehmen können Hade ich scheinbar keine Lust drauf Und auch Na du kannst die Bombe mitnehmen du Wichser Verpiss dich Ähm und auch Und auch und auch und auch Ähm Was wollte ich Ich Es ist fast Mitternacht Ich muss nicht mehr Muss nicht mehr richtig nachdenken Ich bin ein kleiner Junge Und ich darf das So hol ich meine Spitzhacke noch Oder was läuft Dankeschön Ich wollte irgendwas mit Mit Schwarzmarkt gerade Weiß nicht Wenn ich den Schatz noch mitgenommen hätte Hätte ich auf dem Schwarzmarkt Noch ein bisschen mehr einkaufen können Bevor es dann Bevor es richtig rund geht Zu diesen Bomben sagt man nicht nein Es sind auch wieder 6 Stück Die du am Ende hast Oder nicht hast Und naja gut Ich hab's ja jetzt halt Jetzt nur die Frage Wo macht es das erste Mal blinken Wunderbar Irgendwo da rechts scheinbar Aber jemand weiß ja auch nicht ganz genau Wo man gucken soll Mir ist eingefallen Ich hab ja meine Spitzhacke Kann mich ja ein bisschen durch den Ähm Hier, hier, hier durchgraben Und ich weiß gar nicht Achso, ja, okay, doch Ne, das habe ich mit einem anderen Gameplay verwechselt Bei einem anderen Gameplay habe ich es nicht hinbekommen Dieses Ding zu finden Dann kam der Geist Das habe ich letzte Folge auch schon erzählt Ähm Da kam der Geist Und Ich, ich meine Ich hab ihn trotzdem noch gefunden Aber Der war halt wirklich Relativ Wirklich nur relativ Gut versteckt Und dann, das ist auch eine Kunst Da nicht in Panik So in Panik zu geraten Und zu sagen Oh, Hilfe! Geist, ich bin tot Sondern sagen, okay Können wir das schaffen? Yo! Oh, naja, okay Ihr kennt euch auch So, ich glaube der wird gleich mal zerberstet Dankeschön Wir gehen einmal auf die Suche nach nützlichen Sachen Bomben Mhhh Wunderbar Da unten ist eine scheiß Kussbude Und was es hier wieder nicht gibt Wir sehen, ist ein Jetpack Oder ein Umhang Weil Umhang ist mir auch gar nicht so wirklich recht Also Jetpack, ja Umhang, naja, wenn es unbedingt sein Ich meine, wenn ich einen Umhang geschenkt bekommen, ja Ansonsten nein Okay Okay Der eine Shop gibt was unten Der zweite ist tot Heißt, hier oben ist Ist safe Gib schu- Du mal Pisser Ganz ehrlich Genau, da war ein Umhang Aber ich hab gesagt, komm Ist egal Mir ist später aufgefallen Das hätte ich gar nicht tun sollen Was hätte, hätte halt echt nützlich werden können, der Umhang Hab ich gehört So, der ist tot Das heißt, die auf der Ebene sind alle weg Klar, nochmal ein bisschen zur Sicherheit rumballern Schaden kann es auf jeden Fall nicht Das haben wir zwei verschwendet Wir bomben, herzlichen Glückwunsch Einmal die Tiki-Falle wegmachen, damit ich da Ja, damit ich an den Typen rankomme Zielen ist eine Kunst Herr Loni, Zielen ist eine Kunst Also da unten Kamera brauche ich auch nicht Ich kann mich hier ganz legitim raussprengen Oder Ich spreng mich nicht hier raus Okay, doch mach ich Hätte mich sehr gewundert, weil was will ich denn da unten noch Ich mein, wenn da unten noch irgendwas wichtig ist Wenn da noch Bomben sind, wenn da noch Seile sind oder sonst irgendwas Dann geht es So, hier hab ich mal was probiert Das hat hier ausnahmsweise gut funktioniert Normalerweise funktioniert das gar nicht so gut Einfach mal vier, fünf Bomben auf einen Spot gesetzt Sobald eine explodiert, geht die nächste runter Oder fliegen die nächsten runter Explodiert die nächste, zack, zack, zack Und dann entsteht halt ein Das Problem daran ist halt Es ist ein sehr unförmiger Gang nach unten Deswegen Ja, ne Muss man glaube ich nicht mit arbeiten Warum, was mach ich da? What the fuck? Also ich hatte Riesenglück, dass ich mehr als vier Herzen hatte Das war ja eine saudämliche Aktion Und dann wundere ich mich, warum ich Warum ich nicht mehr zu Olmec komme Unglaublich Ich glaube ich muss einfach ein bisschen mehr auf Sicherheit spielen So Es ist paradox, wenn man bedenkt Dass ich immer auf den Dass ich immer den Schwarzmarkt aufmische Und dann irgendwas von Sicherheit zu sagen ist kritisch Aber ja Wär vielleicht trotzdem ganz gut So, die Dame darf einmal ertrinken gehen Darf sie nicht? Okay Das heißt, ich werde meine Schrotflinte scheinbar aufgeben Und ich sollte jetzt ohne Schaden zu nehmen irgendwie irgendwie zum Ausgang kommen Weil jetzt noch ein Hit und es ist halt vorbei Also man merkt so ein bisschen, dieser ganze Hit war Äh, dieser nicht Dieser ganze Hit Dieser ganze Run war kein Hit höchstens Haha, war nicht gut und so Naja, ähm Dieser ganze Run war so ein bisschen Eine Summe von Pech Könnte man es vielleicht nennen Und ich habe es trotzdem noch in die goldene Stadt geschafft Aber muss ich sagen, das war entweder richtig gut Und ich habe mich dann später einfach nur richtig dämlich angestellt Andererseits ohne Jetpack Was willst du da bitte groß erwarten? Wieder mal perfekt getroffen Meine Trefferquote Kann sich glaube ich sehen lassen Nehme ich die Schrotflinte mit Ja, wunderbar Ich will sie auf jeden Fall, okay Ich will sie und ich hab sie Ich will sie und ich hab sie, Frau Babsi So Einmal vorsichtig hinfeuern Die beiden Dinger zum Explodieren bringen Einfach weil es Spaß macht Ich hab Spike-Schuhe, heißt ich könnte dieses Mammut Kaputt machen Mach es auch Das wäre mit Kapalla viel sinnvoller Weil das Ding richtig viel Blut verliert Und das ist quasi ein gratis Herz Aber das war Ja das, also So ein bisschen auf Kapalla Jagd bin ich erst nach diesem Gameplay leider gegangen Fand ich schade So Jetzt nehmen wir einmal die Dame mit So wie ich das sehe Jawohl Und wenn ich jetzt den Altar gefunden hätte hätte ich Hätte ich sie auch drauf geschmissen, aber Der Wurm war näher Bei zwei Herzen kann es mir glaube ich keiner verübeln Nochmal so ein bisschen wenigstens auf Nummer sicher zu gehen Das war schlecht Ich glaube es wird nicht reichen Ich glaube ich muss einmal ein bisschen Harakiri machen Harakiri Riesen Aussprache Ne das wird so nix Loni Vielleicht springen und runter schmeißen Das könnte funktionieren Ja oder so Dann halt nicht so Was will der Junge eigentlich gerade? Loni bist du echt zu breit oder was läuft? Hier war es Glück dass ich jetzt Klebehandschuhe hatte Äh Kletterhandschuhe Klebebomben, Kletterhandschuhe So rum ist die Terminologie Warum ich hier noch Gold mitnehme ich habe keine Ahnung Also bei solchen Gameplays habe ich dann schon eine Stunde vorher gespielt Dann bin ich einfach durch Dann sage ich komm ist doch jetzt auch scheißegal Vielleicht bin ich dann deswegen auch in der goldenen Stadt Und wie man auch später sehen wird wieder mal richtig dämlich gestorben Und ich hoffe wirklich dass es in Folge 7 besser wird Ich hoffe dass es nicht wieder so ein Wenn man den Tod sieht wird man sagen das Gameplay ist mittelmäßig Goldene Stadt ist gut das Gameplay an sich ist aber mittelmäßig Ja werden wir ja dann sehen Auf jeden Fall da ist erstmal ein Altar Wenn ich ein Mädchen finden würde dann würde ich es auch dahin bringen Ich glaube irgendwie nur ich finde keins Oder wenn dann nur nach Suche Ich kann mich nicht erinnern hier eins gefunden zu haben Warum ich da nicht einfach drauf stehen bleibst Ich meine ich habe Kletterhandschuhe Was soll denn da passieren Ja von mir aus Ne das sieht nicht gut aus Also muss Kali leider rumheulen Und wir gehen erstmal zum Ausgang Ich glaube in der Ebene dürfen wir noch gar nicht sterben Ich glaube er ist in der nächsten Ach ja klar Ja sicher Stimmt Was soll immer das war Aber ich erinnere mich wieder Ich hatte die Gelegenheit sie hoch zu bringen Ich habe den Fehler gemacht ich bin am Tor vorbei Sobald man an einem Tor vorbei geht wird es automatisch rausgegeben Also ich hätte mich mit Ja ich hätte mit den Kletterhandschuhen links die Wand hochgekonnt Und hätte jetzt noch ein Item bekommen Was glaube ich kein Jetpack sein kann Aber Springschuhe zum Beispiel Oder Die total nützliche Sonnenbrille oder so Ja ihr wisst ja so was es bisher gab Wenn es das erste Mal in dem Spiel ein Mädel geopfert wurde Genau Und was auch Was auch ist Ähm Es ist so dass Das Riesenglück war Ne es ist so dass Das was wollte ich sagen Ähm Genau dass das der Kopf ist Ich weiß gar nicht ob ich das schon mal gesagt habe Dass dieser Kopf Oder dieses Level wo man sterben muss Das ist entweder Level 3 2 oder 3 3 Es ist niemals Level 3 1 Und es kann auch niemals Level 3 4 sein Und zwar aus dem einfachen Grund Das war Glück Aber ich kann es mir hier leisten Ich kann ja Ich muss ja hier sterben sowieso Es kann niemals Level 3 4 sein aus dem einfachen Grund Weil das Level nach Nach dem äh Nachdem er da rein ist Ist Oder muss noch ein Level von Welt 3 sein Heißt wenn 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 man in In Level 3 4 sterben müsste Wäre das Ja wäre das nächste dann 3 5 Und das kann halt nicht sein Also man kann dieses Man kann den Das ist Das Arnk nur Nur dann umwandeln Wenn danach noch kein Tempel Level kommt Deswegen Das war so ein bisschen die Erklärung Die ich mir versucht habe zu geben irgendwie Ich weiß nicht Vielleicht wollten sie ja auch als Attraktion auf 3 4 immer Ähm immer die Weltraum Ebene haben Ich hab echt Ich hab keine Ahnung Soll mir aber auch egal sein So das war Glück dass ich da nicht mit Fallschau Äh Fallschaden abgestraft wurde Mädels scheinen nicht in der Nähe zu sein Dann scheiß drauf und raus Wir kommen der Sache langsam näher Den können wir einmal triggern da Natürlich rechtzeitig wieder runter Das Problem hieran ist Das Oh Anubis Ähm ne das Problem hieran ist Das Wenn man da Den Schatz mitnimmt Das ist eine sehr sehr tückische Falle Dann fällt man auch nach unten Aber nicht so wie in Welt 2 Dass man in Wasser fällt Sondern man fällt halt in Lava Das werden wir auch gleich unten sehen Lava is not your friend Diese Bomben hat es auch erwischt Man sieht es hier schon Zumindest so ein bisschen im Ansatz Und jetzt die Frage Wie gehe ich an eine Nanubis ran Von unten kann ich nicht hin Da sind viel zu viele Pfeilfallen Das muss nicht riskiert werden Also ich muss mich scheinbar irgendwie durchspringen Nein das Problem ist Wenn ich zu nah rangehe Dann könnte nämlich genau das passieren So ein Ding trifft mich und ich bin am Arsch Und jetzt heißt es nur Glück haben Treffen und Dankeschön Abwarten dass die Projektile weg sind Stab nehmen Und ab in Level 4,2 Und das Level 4 Olmec Wobei ich aber auch schon zu diesem Zeitpunkt wusste Ja es wird halt realistisch nichts Weil vor allem Olmec ohne Jetpack Oder vor allem Hölle Es ist ja noch schlimmer Also Hölle ohne Jetpack Nee, nee das geht einfach nicht Das ist mit Jetpack wirklich so viel angenehmer Und jemand ohne Jetpack Dementsprechend Scheiße So klar muss ich meine Wortwahl jetzt hier mal Mal treffen dürfen Also es ist schon in den Eishöhlen nützlich Das war Glück dass sie noch nicht stirbt Das konnte ich sie immer noch retten Und das war eine falsche Richtung Da übrigens der Vorteil Das wusste ich aber auch vorher noch nicht Da unter dem Unter der Lava rechts Da ist nochmal ordentlich Cash versteckt Das wusste ich vorher gar nicht Ist einfach da und könnte man mitnehmen Ich meine ich brauchte das jetzt nicht Highscore war nicht mein Ziel Und ist auch immer noch nicht mein Ziel Mein Ziel ist erstmal zu gewinnen Und dann schauen wir erstmal weiter Ok Goldene Stadt war hier auch glaube ich Relativ einfach versteckt Ist ja meistens so genau Also meistens muss man nicht so viel tun In Level 4 2 Um in die goldene Stadt zu kommen Manchmal muss man ein bisschen Ein bisschen Weg zurücklegen Aber hier ist gar kein Problem So Eine Ich weiß gar nicht, hätte eine Bombe gereicht? Ich bin nicht sicher Aber es ist ja auch nicht so wichtig Meine Güte Man sieht schon Ich spiele wieder ein bisschen mit den Tiki fallen Aber daran wird es diesmal so weit Ich mich erinnere nicht scheitern So hier habe ich genug vom Warten Dann sage ich scheiß drauf Wird einmal gesprengt Und wiedersehen Was auch interessant ist Die Goldkäfer Die wirken irgendwie so ein bisschen nebensächlich in der Stadt aus Gold Also in jedem Dunkellevel Okay In dem Dunkellevel ist man eigentlich so Da denkt man sich eigentlich so Fickt euch Was soll der Scheiß Das denkt man sich da Aber hier ist ne Diese Goldkäfer Ne beziehungsweise in dem Dunkellevel Die Goldkäfer sind halt Sind halt dick Und da sind sie auch noch wichtig Aber hier die Ja die wirken wie so ein Nebencharakter irgendwie Paradoxerweise Ist mir so aufgefallen Wollte ich nur mal angemerkt haben So unser Tod ist nicht mehr weit entfernt leider Und Ich korrigiere mich Ich habe ja gesagt Es wird keine Tiki fallen Und ich glaube Ich glaube damit liege ich falsch Nur das letzte Mal war wirklich noch dümmer So hier keine Ahnung Wo die Frau gesprengt wurde Weil es war wirklich ein Block dazwischen Von mir aus nicht mein Problem Okay und Dann wollte ich einfach nur raus Und dann wird die Tiki fallen aber schon Ich glaube durch den Shopkeeper aktiviert Dann stehe ich da wie ött Kannst du nichts machen Folge 6 von Spelunky Das war's Ich stoße natürlich Sehr gerne an mein Mikro So wie gerade eben Einmal aus Das Gameplay muss ich mir nicht Nochmal angucken Ja wie gesagt das war's Folge 6 Das zweite Mal in der goldenen Stadt Und ich wirklich das nächste Mal Es muss besser werden Ansonsten habe ich streike Ich will einfach nicht mehr Weil die Spelunky aufnahmen inzwischen Sie pissen einfach nur noch so an Weil man Weil teilweise Man kommt weit Man hat dann ein Jetpack Sieht gut aus Man hat ordentlich Bomben Man hat den Arn Und dann schnippt man irgendwie komplett dämlich Auf dem Schwarzmarkt In der Eisebene oder so Das ist so der Tonus Der letzten Aufnahmen So zwischen Folge 6 Und dem jetzigen Zeitpunkt Das war eine Woche oder so Und es ist wirklich total nervig Nein nervig ist das falsche Wort Es kotzt einfach an Und ich wünsche mir selber Und natürlich auch euch Weil ihm Also ihr guckt es ja dann an Ähm Dass es besser wird Ich gebe mein Bestes Dass der nächste ein Hellrun wird Wir schauen einfach mal Tipp und Lohn in der Name Wir sehen uns wieder Hoffentlich zumindest Haut raus sie 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 sie